Und zwar haben wir hier aktuell zwei Tesla LDUs, also Large Drive Units aus dem Model S, das ist die Heck Unit. Das sind beides Performance- bzw. Sport Drive Units. Ja, moin, moin, mein Leck, nochmal Freunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Alex von ESTWI Technologies und ich wollte euch heute mal zeigen, was wir sonst noch so nebenbei machen, Anführungsstrichen. Und zwar haben wir hier aktuell zwei Tesla LDUs, also Large Drive Units aus dem Model S, das ist die Heck Unit. Das sind beides Performance- bzw. Sport Drive Units. Die sind wir gerade am überholen und bereiten die für unsere Kunden vor. Und ich dachte mir, machen wir einfach ein kurzes Video. Ich zeige euch so ein bisschen, was wir machen, wie wir das machen etc. Und zeige euch so ein bisschen die Technik, ist vielleicht ganz interessant. Genau, fangen wir mit dem hier einmal an. Das ist im Endeffekt die Unit, die jetzt hier gerade so offen auf dem Tisch liegt. Die Jungs haben das extra so für mich aufgebaut, dass ich euch das am besten zeigen kann. Hier haben wir dann einmal den Motor. Hier ist im Prinzip der Rotor, der Rotorausgang. Die Seite ist schon neu und gelagert. Hier sind die drei Phasen für den Motor, die dann im Endeffekt hier durchgehen. Hier sind Schrauben, die man von außen drankommt. Hier ist die Leistungselektronik und in der Mitte ist dann im Endeffekt das G-Set. Wir haben hier eine Übersetzung von, ich glaube 9,34 zu 1. Der Motor dreht um die 18.000 Umdrehungen. Und im Endeffekt ist das hier quasi so drin. So, der kommt da rein. Dann das erste Gangrad kommt so. Ich baue das jetzt nur einmal so klar. Und hier kommt im Endeffekt das Diff rein. Und das hier sind dann die Ausgänge, wo dann die Antriebswellen rankommen. Hier sehen wir es nochmal. Im Endeffekt ist es so, dass wir hier beispielsweise in dem Fall jetzt hier alle Lager einmal neu machen. Ihr seht das schon. Wir haben hier von SKF verschiedene Lager, Simmerringe und all so ein Kram, die wir dann im Prinzip neu machen. Man muss dazu sagen, dass hier wirklich fast immer mindestens ein Lager, wenn nicht zwei Lager defekt sind. Also das ist wirklich, wirklich häufig. Deswegen führt da irgendwie kein Weg dran vorbei, die wirklich auch neu zu überarbeiten. Genau, was gibt es hier sonst groß zu erzählen? Genau, was ihr gerade seht, dass dieses Differenzial anders aussieht als das beispielsweise. Die ganzen Units von uns, gerade die Sportunits, das sind nicht alle Sportunits, also von den Model S Performance Fahrzeugen, von den älteren. Das ist ein Sperrdifferenzial, was wir jedes Mal einbauen bei diesen hohen Leistungen. Ansonsten ist es halt so, dass ein Rad immer schnell durchdreht und Tesla regelt das im Prinzip über einen Stability-Control. Wir machen das einmal mechanisch. Man kann das auch noch elektrisch machen, da aber die alten Oldtimer oftmals keine Raddrehzahlsensoren etc. haben, ist es eigentlich einfacher, wenn man das auf jeden. Also ich würde für grafische Sportunits, würde ich definitiv immer ein Sperrdifferenzial vorschlagen. Das ist im Prinzip so, dass man hier dieses Rad abschraubt, hier mit dran schraubt, das Ding wird neu gelagert. Eingemessen und dann kann das hier im Prinzip verwendet werden. Genau, dann kann ich euch auch einmal unsere Steckachse noch zeigen. Jetzt kriege ich aber extrem schmierige Hände, weil die noch eingeölt sind vom Transport. Hier seht ihr das, die sind aus 300 M, also wirklich extrem hochvergüteter Stahl. Ich hoffe jetzt hier kein Quatsch, ich bin Elektriker, kein Maschinenbauer. Im Endeffekt kommen die dann hier ins Diff rein oder auch da und hier kann man dann 108er Antriebswellen anschließen. Das ist immer das, was ihr auch bei den kleinen Units in den Porsche, in den K-Fan, was auch immer, immer seht. Die kann sich dann komplett adaptieren. Das ist ein Custom-Teil von uns. Extrem hochwertig und muss natürlich auch das Drehmoment abkönnen. Wir sprechen hier, der Motor macht in der höchsten Leistungsstufe 650 Newtonmeter. Das ist aber hier, wenn man das jetzt hier weiter rumbricht bis zum Ende, hat man dann halt fast 6.500 Newtonmeter an den Antriebswellen. Und das ist schon krass. Also da brauchen wir mit normalem Baustahl nicht anfangen. Das ist klar. Genau, was ist sonst noch zu erzählen, bevor ich euch gleich eine Leistungselektronik zeige? Man sieht hier immer die Wasserkühlung. In dem Fall ist es nicht so wie bei den Neueren so, dass im Prinzip der Rotor und so weiter Öl gekühlt ist. Sozusagen dann teilt sich die Drive-Unit immer mit dem Gearset die Ölkühlung. Das haben wir euch schon mal gezeigt bei der kleinen Unit. Verlinken wir euch das sonst mal. Da ist schon etwas länger her, das Video. Aber da sieht man das. Hier ist das im Prinzip Wasser gekühlt. Hier kommt das dann raus, geht dann hier rein, dann wird der Inverter gekühlt. Und dann geht das von da aus, dann hier außen sind noch Kühle, hier. Und dann ist hier im Prinzip der Ausgang von der Kühlung. Ja, was gibt es sonst noch groß zu erzählen von der Seite? Ja, die werden von uns jetzt im Prinzip, wie gesagt, einmal komplett überholt. Da gibt es dann noch ein, zwei Upgrades, die man da reinbauen kann. Das kann ich euch aber jetzt nicht alles im Detail erklären. Ich glaube, das verstehen die meisten. Und genau. Ihr seht, dass wir das zum Beispiel ein Motor für die 4x4-Fahrzeuge, wo die Drive-Unit dann noch so modifiziert ist, dass wir sie auf dem Kopf fahren können. Und hier ist beispielsweise schon ein Sperrdift drin. Deswegen lassen die sich jetzt hier auch extrem schwer drehen. In dem Fall ist es sogar so, dass wir die zwei Teile hier neu machen. Für den Fall, wenn wir ein Allradfahrzeug haben, haben wir noch eine Übersetzung in den Achsen. So können wir dann im Endeffekt die höhere Geschwindigkeiten erreichen. Also da haben wir hier noch ein Custom Gear Set rein. Ja, dann würde ich sagen, was das jetzt erst mal hier liegt. Dann gucken wir uns Arme Leistungselektronik an. Genau. Ist eigentlich für die meisten interessant. Wie erkenne ich, dass es eine Sport-Unit ist? Die haben hier rote Leiterplatten. Bei der normalen Base, was jetzt im normalen S85 drin war und so weiter, sind die grün. Ja, was haben wir hier? Hier kommt Plus Minus rein von der Batterie. Das ist im Endeffekt in dem Gehäuse. Ist jetzt nicht super spannend. Kommen hier die Kabel 70 Quadrat an. Die werden hier montiert. Und dann wird das hier auf die drei Motorphasen UVW weitergetragen. Genau, und dann wird dadurch das Drehfeld erzeugt für die E-Maschine. Hier haben wir noch die Steuerungsplatine. Bei uns ist es auch immer so, das wisst ihr, dass wir die Motoren im Prinzip so fahren, wie sie aus dem Tesla rauskommen. Also die immer noch denken, sie würden im Tesla fahren, sind aber faktisch dann in anderen Fahrzeugen implementiert. Wir ändern da nichts. Also hier ist alles OEM 100% Stock Tesla. Hier ist der Stecker. Die sind leider oftmals abgebrochen. Dann ist es auch noch vergossen. Also das ist immer schwierig, da für Ersatzteile zu bekommen. Ist jetzt aber auch nichts Tragisches. Das ist also, wenn du in die kleine Ecke weg bist, der Stecker geht eh bis dahin drauf. Von daher kommt ja auch keine Flüssigkeit rein. Hier ist eine kleine Dichtlippe. Hier kommt dieser Zylinder von hier oben drauf. Ja, Temperatursensoren haben wir noch. Einen hier und dann geht noch einer durch zum Stator. Temperatursensor. Um das hier abzunehmen, muss man die immer depinden, also rauspinnen. Das ist immer ein bisschen nervig. Ja, ansonsten, was gibt es da groß zu erzählen? Interessant ist, dass die im Prinzip viele Halbleiter parallel schalten. So macht Tesla das. Dass die im Prinzip nicht einen großen IGBT haben oder sowas. Sondern, dass die wirklich dann viele, die meine ich sogar MOSFETs, dass die viele parallel machen. Und so ist es dann bei der Kleinen, dass die halt entweder nicht ganz so leistungsstarke MOSFETs nehmen. Oder halt nicht so viele parallel schalten, um dann halt die kleinere Base-Unit sozusagen damit zu machen. Was ist dann mechanisch alles genau das Gleiche? Da ist der Motor auch gleich. Oder die E-Maschine. Und da ist noch die Leistungselektronik. Da sind diese Dinger, haben eine andere Platine, andere MOSFETs, beziehungsweise weniger. Ja, ich würde sagen, so für den Großteil war es das auch. Genau, wir machen das für jede Unit, die ihr sozusagen oder als Kit von uns bekommt. Von den Großen sind alle von uns einmal überholt worden. Das geht nicht anders. Wie gesagt, die haben fast immer Lagerschäden. Ich muss immer hoffen, dass sie nicht noch mehr Schäden haben. Aber genau. Wir haben für die Motoren auch Prüfplätze. Das heißt, wir können die hier auch einmal laufen lassen, um zu gucken, dass alles in Ordnung ist. Ich glaube, da gibt es nicht so viele, die das sonst können, damit die Isolationsmessung gemacht und so weiter, bevor die dann wieder rausgehen. Ja, ich würde sagen, genau was wir sonst noch haben. Wir haben hier noch Umbau-Kits auf Dash-Fitting. Ihr wisst ja, dass wir für die Wasserkühlung gerne Dash nehmen. Das ist jetzt ein Prototyp hier beispielsweise. Genau, sowas gibt es auch noch bei uns, falls jemand dann sowas Interesse hat. Ansonsten würde ich sagen, war es das jetzt mal an der Stelle. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt die gerne unten rein. Wir werden nochmal vielleicht ein Video machen, wenn wir so ein G-Set einbauen, um das zu zeigen, wie sowas aussieht, wie sowas funktioniert. Oder wir können so ein Ding auch nochmal auf dem Prüfstand laufen lassen. Ist jetzt nicht so spannend, muss man dazu sagen. Schreibt einfach rein, worauf ihr Bock habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten Videos wieder. Ich danke euch und bis dann. Ciao.